Hallo zusammen ich habe hier ein Transcooler 8 in einem VE Caddy und hier gehen 8 E2 Kisten der ist ausgelegt für 5 Grad, wir haben noch Zubehör, also hier kann man zwei nebeneinander hinstellen, vier in der Höhe und so können wir mal 20 Kilo, 160 Kilo Fleisch transportieren der steht hier in alten VE, der ist gebraucht, der lief früher bei der Post, das sieht man an der Farbe an Er hat ein Volumen von 560 Liter, läuft auf 12 und 230 Volt Die Bedienung sitzt hier oben, hat jetzt 16 Grad Hier läuft das Kabel fürs 12 Volt Unten in der Schwelle durch, bis hier vor zur Batterie Wir haben das Minus abgenommen und hier unten Das Plus mit einer Sicherung, das läuft dann hier hinten durch Das ist so ein schön gelber VE Allrad 4Motion für die Berge Ich mache euch hier ein anderes Video über einen anderen Transcooler Hier noch ein Video für die Transcooler Und ich wünsche euch einen schönen Tag Ich wünsche euch einen schönen Tag Ich werde einen schönen Tag